Yo Leute, back in the game, remember my name, ich bin Angel, das ist meine Launch und heute geht's um den Beehooker Porzellan Tonkopf, den es jetzt endlich zu kaufen gibt. Und den ihr schon in der einen oder anderen Instagram Story oder in dem einen oder anderen Livestream oder in dem einen oder anderen Video bei mir gesehen habt. Und da war echt die Nachfrage gigantisch. Und wenn ihr dieses Video seht, ist der auch endlich raus. Jetzt erstmal zum Beehooker Kopf. Wie schon am Anfang gesagt, ist der Kopf aus Porzellan und Ton gefertigt, was laut Beehooker eine sehr gute Hitzeperformance hat. Und dem kann ich nur zustimmen, die Performance war echt krass. Der ist der einzige Kopf, der bei mir fast zwei Stunden so durchhält, ohne dass ich irgendwas machen muss. Und ich muss sagen, der wird sich glaube ich im Preissegment zwischen 25 und 35 Euro befinden, was eine sehr große Summe ist. Wir gehen davon aus, dass er 34,90 Euro kosten wird, aber der ist sein Geld wert. Ich muss euch sagen, am Anfang fand ich den Grotten hässlich. Richtig hässlich. Aber ich muss sagen, ich habe mich an das Design gewöhnt. Ich mag es jetzt sogar. Ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt nochmal die ein oder anderen Daten über den Kopf und später zeige ich euch noch hier den Kopfbau in diesem Video. Porzellan, Ton. Was sehr krass ist. So was hatten wir sehr, sehr selten. Der Kopf kommt aus der Türkei und die Jungs aus der Türkei, Grüße gehen raus, auch an alle, die aus der Türkei kommen, aus meiner Community, das sind nämlich einige. Der ist gut verarbeitet. Er soll an einem Oblaco Mono erinnern und ich habe noch nie so eine Verarbeitung gesehen. Also er hört sich wirklich an, als hättest du was Hochwertiges. Also er fühlt und hört sich so an, als hättest du was Hochwertiges in der Hand. Er ist relativ leicht. Also er ist nicht schwerer als ein Oblaco M. Gibt es einmal in der glasierten Variante. Die gibt es unglasiert. Das ist dann so eine Form wie eine japonische Mami Bowl zum Beispiel. Die sind ja auch unglasiert, aber das ist ja nur Ton. Und hier haben wir auch noch Porzellan mit dabei. Und hitzetechnisch geht der komplett ab. Bevor man mich wieder in den Kommentaren löchert, ja, da passt eine Kalau drauf. Da passt eine Nieres drauf, da passt die 1 Plus drauf, da passt alles drauf. Die AO, die Nagrani und der hat sogar noch so Rifflung oben am oberen Rand, wo die Nagrani, ich hoffe das war für die Nagrani vorbestimmt, aber diese Rifflung von dem Kopf selber passt mit den Rifflungen von der Nagrani, von dem HMD, mit überein. Die Nagrani dürfte es, by the way, auch bald wieder bei Elvano geben und unterstützt mich mit dem Code ANGEL. Dann bekommt ihr ein Darkside-Mondstück gratis. Einfach den Code im Warenkorb einfügen und fertig ist das Ding. Ihr supportet mich dadurch. Kurs geht raus. Geliefert wird das Ganze in einer Box und diese Box ist gefüllt mit Schaumstoff. Ihr kriegt einen extra Noppen mit dabei, der ist geriffelt. Also da gehen echt mal Props raus an die türkischen Boys. Und es wird so hochwertig quasi dargestellt. Ich möchte euch das jetzt nicht hier in dem Video zeigen. Zum einen, weil ich die Verpackung komplett weggeschmissen habe und zum anderen, weil ihr dieses Feeling selber für euch erfahren müsst. Das war eine der besten Kopf-Auspackungen, die ich jemals gesehen habe, wenn man das so sagen kann. Kopfverpackung. Warum? Gehöhnen. Funktioniert doch. Und hier ist auch schon in seiner vollen Pracht die Bee Hooker Bowl mal live in Action. Von unten sieht er so aus, hat eine kleine Einkerbung von oben komplett glasiert. An den Rändern kleine Rifflungen, wo sich jetzt schon was abgesetzt hat, aber das ist easy wieder wegzubekommen. Ich bin einfach nur scheiße faul. Und hört euch das mal an. Das ist einfach nur lecker. Dann würde ich sagen, bauen wir uns als erstes einen schönen Noppenkontakt hier mit der Oktogabel, die es auch bei Elvano gibt. Und bauen wir das Ganze, wie gesagt, erstmal auf Noppen. Und ich zeige euch dann, wie es funktioniert. Der Kopfbau, wie immer, locker flockig. Ich nehme eigentlich alles auf meine Oktogabel, die es auch bei Elvano gibt, für 24,90 Euro. Nimm mit ein bisschen was raus, streiche das dann meistens am Rand ab oder lass es einfach reinfallen. Verteile das dann mit dem Oktostecher und fertig ist der Kopf. Auch sehr gut geeignet für Darkblend. Auf Noppen läuft er da am allerbesten. Und hält auch gut, dank den Rifflungen. Ich müsste die B-Hooker jetzt ungefähr ein bis zwei Monate schon bei mir haben. Und wir sehen hier nicht mal mehr den kleinsten Haares. Keine Ahnung, was das für eine Glasur ist. Aber die hält wirklich einiges aus. Ich habe den auch wieder sauber bekommen. Jedes Detail, hier wurde sich so viel Mühe gegeben. Auch nach Monaten sieht das Ding immer noch top aus. Es ist Fazitzeit. Wie würde ich den Kopf ganz eintendieren? Es ist eine 9,5, weil der hitzetechnisch sehr, sehr gut ist. Den kann man richtig gut bauen. Da passt nicht allzu viel, nicht allzu wenig rein. Der ist perfekt. Der ist glasiert. Fängt bei mir nach zwei Wochen oder drei Wochen nicht mal an zu bluten. Der ist auch, glaube ich, innen drin hohl. Zumindest kann man nicht ganz reingucken. Ich glaube, der kann niemals bluten. Ich lege mich damit aber gerade auf ein scharfes Messer. Ich gehe davon aus, dass er nicht bluten wird. Der Preis von angesagten 34,90 Euro ist sehr hoch. Deswegen gibt es einen Punkt Abzug. Der ist auf jeden Fall sein Geld wert. Auch wenn ich am Anfang gedacht habe, der ist echt scheiße hässlich, der Kopf. Muss ich jetzt ernsthaft sagen, ich habe ihn absolut lieben gelernt. Der ist nice. Den benutze ich jeden Tag. Ihr seht den jeden Tag in den Streams, in den Videos oder in den Posts. Und endlich ist er online für euch zur Verfügung. Kuss geht raus an alle, die sich was mit dem Code Angel bei Elvano bestellen. Danke an Elvano fürs Zusenden, dass ich das Ganze testen durfte hier für euch. Und wir sehen uns heute Abend zum Livestream. Denn ich streame täglich. Verpasst nichts auf Instagram. Da kündige ich immer sowas an. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wisst ihr, was ich meine?